Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von dem Minecraft Mob Pack Dimensional Dive. Wir sind hier im Magical Forest und möchten gerne wieder zurück. So, da vorne haben wir irgendwo unser Haus. Dazwischen beim weissen Baum. Ja genau. Aber wir haben hier noch ein paar Monster. So, eine Hexe. Die greifen wir an. Ja genau. Was haben wir denn für einen Fluch? Poison. Ist das ein neues Poison? Ein neues Gift? Ah, der Creeper mit der Zaubermütze ist da. Hilfe! Und wir verrecken. Wir sterben. Wir werden sterben. Nein. Hilfe! Neun Sekunden noch. Was ist denn das für ein... Gut, wir sterben hier nicht. Was ist denn das? Was ist denn los? Was ist denn ein Hai? Nein. Eine... Ein Medium Fisch, okay. Ein Medium Fisch. Für den Drago. Zum Essen. Wieso spawnen diese Monster noch so oft? Es ist doch Tal geworden. Ich habe direkt gesehen, von welchem Modpack das ist. Mal kurz schauen. Von keinem Modpack, okay. Das sieht noch nice aus. Aber ich denke von Moe Creatures oder Housecraft. Oh Gott. Da ist immer noch die Hexe. Wie soll ich jetzt das angehen? Genau. Creeper anlocken. Das wollte ich. Zombie anlocken, damit er stirbt. Nicht angreifen, Zombie. Das ist nicht gut für deine Nerven. So, wir haben es geschafft. Gut. Dann ist noch ein... Oh, da ist noch eine Creeper mit... Eine andere. Sit Down Creeper, okay. Oh Gott, der Mod. Ist der eher so ein Trollmod? Aber ein guter Trollmod. Was? Da ist gar nichts drunter. Vielleicht hat er gar keine... Ah, der ist seine Frucht da oben, okay. Ob der andere ist einer. Waren wir hier schon? Hm. Ja, da waren wir schon. Okay, okay. Dann nehmen wir den Rest auch mit. Hm. Wieso nicht? So, den Rest brauchen wir nicht. Nö. Dankeschön. Hat mir Spaß gemacht. Dankeschön für Ihren Einkauf. Das nächste Mal werde ich woanders sein. Oder die... Die Truhe wird nicht mehr hier sein. Die Truhe wird immer laut sein. Ist mir egal. Dann gehe ich halt nicht mehr zu dir. So. Ein Schleim. Wieso nicht ein Schleim-Typ? Dann haben wir wenigstens noch ein bisschen Schleim-Sache. Lol, habt ihr das jetzt wieder gespawnt ist mit diesem fetten Teil? So. Ich möchte gerne was wegwerfen. Hm. Die Wolle. So. Auch das haben wir. Haben wir alles? Ja, schauen wir schon. Gut. Äh, Cherries. Okay. Cherries zum Frühstück. Gut. Dieser Baum. Was ist das für ein Baum? Ars, Magiker, Zweier, Witch, Wood. Okay, ein Witch, Wood. Ähm. Nicht lecken will. So. Das, das, das. Das, das. Das, das. Das, das. Gut. Ähm. Ja, jetzt. Müssen wir eben dieses Scope noch. Hohen. Ähm. Ähm. T-H. A-U. Taum-Craft. Wo haben wir den Scope? Da. Taumometer. Gold. Glas. F. Ah, das sind unterschiedliche Shorts. Hm. Gold haben wir hier drinnen. Ja. Da. Dann machen wir ein bisschen Gold. Halt. So. Was könnten wir hier alles rein tun? Name-Tack können wir mal rein tun. Ähm. Den Zauberstab lasse ich mal noch. Den Schleim kann ich noch rein tun. Und hier alles. Restliche. Nein, nicht das. So. So. Nicht hier rein tun. Oder doch, ja. So. Gut. Das haben wir jetzt. Das Glas müssen wir noch. Das Sand müssen wir noch formen. Hm. Ja, gehen wir zum Strand. Hm. Hier sind noch ein paar Bären. Würde ich noch gerne töten, bevor ich den Mod auch rausnehmen muss. Ist ein bisschen blöd, dass ich das Mod-Pack noch ein bisschen anpassen muss. Aber, ja, sonst hätten wir nur allgemein viele Probleme. Weil der Mod-Pack noch nicht so gebonust ist. Aber, ja, ist ja nicht so viel. Dafür nehme ich ja auch Mods rein. So. Genau bei dir nehme ich Sand. Genau bei dir. Du bist ein pöser Bär. Pöser, pöser Bär. Das ist nicht gerade gut. Ich möchte aber das nicht so... Ich möchte einen Kolben haben. 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 So. Ja, okay. Das ist nicht so gut. Wir haben ja hier. Tschüss. Gut. Dann machen wir hier mal ein bisschen Sonnen weg. So. Dann gehen wir wieder nach oben. Ähm... Haben wir dann irgendwas anderes noch hier? Ja, okay. Wir gehen zurück. Ist das hier? Ja, scheinbar schon. Ja. Gut. Gut. Ähm... Hier könnten wir mal ein bisschen Garten nochmals. Die Bären, die gehen recht schnell. Wir machen hier wieder blaue Bären hin. Hier auch. Hier können wir noch ein pinkes Bärchen hin tun. Das ist weniger gut. Haben wir noch pink Bärchen... Äh... Wir haben den... Ding nicht. Ja. Dann müssen wir noch dafür sorgen, dass dort auch noch angepflanzt wird. So. Leider ist recht viel. Ein bisschen verbuggt. Ich möchte kurz da... Das hin tun. So. Gut. Kühe. Habt ihr Hunger? Ich denke nicht. Oh ja. Das ist schon erwachsen. Vielleicht habt ihr... Ja. Ihr habt Hunger. Komm mal große... Äh... Tote Kuh. Was? Tote Kuh. Okay. Dann halt nicht. So. Yay. Repopulation. So. Also. Ähm... Ein paar Sachen hier rein tun. Gut. Äh... Das lädt ihr nicht. Fleisch noch. So. Das heilt bitte unten. Was ist das? Das brauchen wir noch nicht. Gut. Dann haben wir hier noch Sand zu... Ich mach nochmal nur 5. Bevor wir nicht das bauen. Ja. Nächste Folge ist dann eine Baufolge. Ähm... Wär mal nötig. So. Okay. Noch ein bisschen sortieren. Ich weiß nicht, ob ich den Chest-Mod noch rein tun soll. Ähm... Wie heißt er? Iron Chest, glaub ich. Fram ist Iron Chest einer dieser Mods. So. Thermometer ist mit Shards noch. Ja, toll. Die Scharzen unten. So. Und dann können wir ein bisschen... Ähm... Mit dem Thermometer... Bisschen erkunden. So... Und... Äh... Das Glas hab ich hier reingetan. Hm. So. Nicht ganz. Da müssen wir nochmal schauen. Da nehmen. Ja. Gut. So. Das haben wir auch. Den Table möchte ich gerne umwandeln. Ja. So. Jetzt haben wir hier auch ein Crafting Table, glaub ich. Und... Man kann irgendwelche bestimmten Sachen craften. Ein Thermomium möchte ich gerne noch machen. Aber ich weiß nicht, wie man den macht. Thermomium war... Da. Uh. Okay. Es gibt sogar noch ein besseres Buch. Ja. Thermomium. Weiß ich nicht, wie man das bekommt. Gleich mit einem Buch. Mal beim Buch craften. Okay. Ähm... Wir haben ja noch keinen Zucker angepflanzt. Ja. Dann sorgen wir nachher noch für ein bisschen Thermomium. Ähm... Also Dinge... Knowledge. Also... Ähm... Erfahren. Dafür müssen wir einfach so hier die Blöcke irgendwie anschauen. Ich weiß jetzt nicht, wie. Das hat sich geändert scheinbar. Okay. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was ich noch nicht habe. Eine Fockel. Hm. Okay, dann werde ich noch mega cool mit Fragen. Was da so noch... ...mach... ...werden muss. Ähm... Ich weiß jetzt wirklich nicht, was das jetzt bringt. Äh... Ich bin eh dann Fan von Towncraft gewesen. Aber der entwickelt sich so geil weiter. Eigentlich schon Fan. Aha. Kann man eigentlich da die offenen Felder auch... Und das ist auch dort... Eine Küste. Küste geht nicht. Hm. Oh gut. Noch hier irgendwo Bäume. Da ist ein normaler Baum. Eine Eiche. Blätter. Das sind Birken. So. Zuckro. So. Wir ähm... ...setzen hier noch mehr Bäume. Zuckro. Gut. Dann machen wir uns ein Buch. Ich hoffe, das geht mir ein Buch. Ich weiß jetzt wirklich nicht. Hm. Ähm. Na toll. Ich mach natürlich alles weg. So. Drei, ja. Hallo. Mein süßer Schnucki-Zombie. So. Drei, ja. Hallo. Mein süßer Schnucki-Zombie. Ah. Ah. Schon wieder hier gewachsen. Ah. Ja. Ich muss noch eine Ding machen. Nein. Sack. Können's reinlegen. Äh. Ich muss da noch eine Hacke machen. So. Ja. Toll. So. Ist gut. Haben wir doch Eisen. Dann machen wir doch eine Spitzhacke. Da ist das Eisen. So. Einer der nächsten Parts kommt dann auch noch ähm Tinkerist Construct dran. Und. Andere schöne Dinge. Hm. Ja. Ich muss da noch schauen, was noch gäbig wär. Weil Mods, die natürlich noch ein bisschen helfen noch. Sind natürlich zuerst dran. So. Ich hab ein Buch. Ich will das Buch umwandeln. Komm schon. Komm schon. Mit Schatz. Komm. Ich ködere das Buch noch ein bisschen mit Schatz. So. Das Buch muss kommen. Ich weiß nicht, wie man es macht. Schade. Ja. Mist. 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 Nun gut. Dann machen wir noch ein bisschen den Garten. wieder ganz. Ich möchte gerne diese Beeren und diese Beeren dann hier anpflanzen. So. Sehr schön. Dann hier kommt auch noch was ran. Bisschen Tomaten. So. Sonst haben wir ja leider nichts. Gut. Ja. Ähm. Was ist denn das? Ein Beehive. Okay. Okay. Also nächster Mod kommt Harvestkraft. Ähm. Nicht Harvestkraft. Nicht Harvestkraft. Ähm. Ähm. Ja. Dieser Tiermod raus. Mod Creatures. Und dafür Mistkräfte rein. und ähm. Ähm. Einschwestern oder so. Ein Mod. Müsse ich noch schauen. Ja. Und wenn ihr Vorschläge habt für andere Mods noch, das. Mods. Dann dürft ihr da gerne in die Kommentare schreiben, welche Mods. Gut. Da haben wir noch ein bisschen. Ähm. Eine Folge ist dann auch eine Baufolge, wo ich mein Haus baue. Und in einer Folge müssen wir dann auch ein Hexenhütchen oder so machen. Ähm. Ja. So. Also dann gehen wir wieder zurück. Was ist das eigentlich? Okay. Das ist ja von Botania. Hm. Also gut. Da hat noch ein Kind. Da können wir nächstes Mal wieder die Kühe weiter hochzüchten. Voll hochzüchten. Hehehe. So. Sehr schön. Wir haben eine Kiste. Also eine Kiste schon voll. Ah Gottchen. Dann machen wir hier mal die Ei und so raus. Das rein. Die Chairs müssen auch noch irgendwo rein. So. Gut. Der Pez kann auch hier raus. Der Pez gehört hier rein. Die Schrottkiste. Da führt die Schatz nach oben. Infinity Orb ist auch eher schrott momentan noch. Gut. Ähm. Probieren wir noch das mit dem Schatz raus. Ah ja. Das hatten wir ja letztes Mal schon. Ich weiß es nicht. Also mega cool. Man muss mir dann wieder helfen. Der Towncraft Profi. Gut. So. Das rein. Avocado hätten wir hier sonst noch. Hm. Machen wir die Avocado. Das sind so noch kurz drungen. Das sind sowieso Baumfrüchte. Chili Paper möchte ich aber gerne noch. Nein. Die Eier könnten hier noch rein. So. Ähm. Haben wir Pfeile. Ja. Die Wutenspitzhacke. Die kann weg. So. Gut. Das hätten wir. Also Dankeschön für's Schauen dieses Partes. Ähm. Ähm. Ja. Garten werden wir sehr viel machen. Ich denke da hat sich's. Das lohnt sich. Ja. Lohnt sich jetzt nicht unbedingt. So sehr. Aber ähm. Mal schauen. Ob wir nicht irgendwas Schönes hinkriegen oder so. Gut. Alles mal von der Witchery raus. Von Botania auch. Die kenn ich überhaupt nicht. Und das leckt gerade nochmals kurz. So. Da unten die Kiste. Gut. Also. Tschüssi. Kowski. Bis zum nächsten Mal. Er hört den Agobasler. Tschüssi.